Ja, Digga, ich hab halt keinen Bock auf diese Camperfilme Digga, das war so krass Digga, es ist so schwer zu aim Es ist so verdammt schwer Vor allem nach unten zu aimen ist ja das schwierigste, was ich je gesehen hab Alter Alter Mein allererster Laser auf Maus und Tastatur So Komm hoch Vorladet ich erstmal meine Waffe nach Sehr gut Sehr gut Nein Nice Let's go Wichtig Okay, die Waffe müssen wir jetzt wohl oder übel mitnehmen, auch wenn ich lieber die Scar spielen würde But we have no Moonation Okay, gut Sieht schon mal gut aus Sieht ehrlich schon mal gut aus Komm jetzt noch ein Hammer hier raus Dann bin ich glücklich Nice Sogar eine blaue Pump Alter Wie geil ist das denn Okay Sehr, sehr guter Loot Ich sag euch ehrlich Sehr, 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 sehr guter Loot Können wir eigentlich direkt weiter pushen Mit Hammer Ich glaube ich muss meinen Hammer auf eine andere Taste beinden Stark Stark Wir haben schon drei Kills Let's go Leute Wir haben unsere Scar back Oder auch nicht Warte Wir müssen uns schnell Biggie geben Boah, ist so schwer zu looten auf Maus und Tastatur Sag ich euch ehrlich Okay, nice Drei Kills Starter Hätte ich niemals gedacht, dass ich das auf Maus und Tastatur schaffe Vor allem in Solo Wo ich so gute Gegner bekomme Okay, Scar nehmen wir mit Getränke nehmen wir mit Und MP nehmen wir mit Waffe wird nachgeladen Dann, denke ich mal, sollten wir die ganze City Gecleant haben Ich bin mir nicht sicher Kann natürlich sein, dass hier noch irgendwo Gegner sind Hier hier jetzt zum Beispiel Okay, warte, kurz ducken Zeigt sich nicht Ja, dann gehen wir auf Nahkampf Oder, was sagt ihr? Ja, Digga, ich hab halt keinen Bock auf diese Camperfilme Digga, das war so krass Oh mein Gott Seit wann kann ich sowas auf Maus und Tastatur? Der hat nicht mal gecheckt, dass ich da bin Versteht ihr das, Leute? Ich war das auf Maus und Tastatur Vier Kills schon Bruder, was geht? Alter Das war mein allererster krasser Play Okay Okay So Er kam von der Richtung Ich denke mal, er ist in dem Haus Bin mir sogar ziemlich sicher Dass er irgendwo Ja, schau Nein Stark Stark Hä, was geht jetzt auf einmal ab? Ich glaube, ich hab mich endlich eingespielt Let's go, Leute Endlich geschafft, mich einzuspielen Fünf Kills schon Boah, wenn das so weitergeht Dann könnte das eine sehr, sehr krasse Runde werden Okay, warte Wo ist Zone? Hm Ich glaube, wir gehen mal hier so hin In Richtung Faulty Splits Da sind immer die meisten Gegner Und dann müssen wir mal Unser Perk einsetzen Ja Und dann weiter geht's Boah, es ist so schwer Mit Maus und Tastatur zu spielen Also ich gebe auf jeden Fall Mein bestes Freund Ne Southwax Sanitäter ist mein Lieblingsperk Weil Es ist sonst immer so anstrengend Viele Splashes zu bekommen Aber durch dieses Perk Ist es so viel entspannter Okay Ich weiß nicht, ob wir direkt schon Faulty Splits gehen sollen Oder ob wir zur Tanke gehen sollen Eigentlich bei beidem Könnten Gegner sein Aber ich denke mal Eher bei der Tanke Oder? Ja, wir schauen erstmal Tanke vorbei Und wenn Tanke nichts abgeht Dann gehen wir Faulty Splits Würde ich mal sagen Oh, kurz weg hier Ja, wichtig Okay, warte Von wo hat der geschossen? Kommt der? Hey, ich check nicht Von wo er geschossen hat Kann ich damit hier hoch? Warte, wir versuchen mal was Ich glaube aber nicht Ah doch Geht sogar Er ist da hinten Okay, warte Zack Da machen wir unseren Special Move Hey, ich hab doch Sliden gedrückt Ist er hier dahinter? Hä? Ich hab ihn doch hier gesehen Wehe, du versteckst dich hier irgendwo Ich mag diese Filme gar nicht Also, jetzt haben wir dich Versteck dich nicht Okay, cracked Oh mein Gott Ja, okay Der war nicht so gut Zum Glück Ah, okay Trotzdem Äh, war es Endanschränkend für mich Den zu killen Weil ich Wieder maximal Overpowered Überfordert war Imagine overpowered Okay Erstmal alle Waffen nachladen Dann holen wir uns Erstmal trinken wir Und dann holen wir uns Jetzt hier mal Ein paar Splashys raus Splashy Nummer 1 Leider nicht Splashy Nummer Oha Ja Splashy Nummer 1 So Warte, hier war doch noch Eine Kiste Da könnten auch noch Ein paar Splashys rauskommen Dann geht es weiter Auf Killsjagd Boah, so ein 10-Kills-Win Wäre schon Sehr, sehr krass Da wäre ich schon Extrem glücklich Sage ich euch ehrlich Leute Okay Da vorne sind Schüsse Und links Boah Jetzt ist die Frage Wo wir als erstes hingehen Mein Gefühl Sagt mir hier lang Da geht mehr Action Hey Was ist das Hey 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 Digga, wie lange das gedauert hat Lauf nicht weg Boah Digga Was geht mit mir ab Okay Dann wechseln wir mal Da drauf Dann laden wir das hier nach Schon 8 Kills Jungs Das ist die Runde Ich sage euch Wie es ist Das ist Meine Runde Okay Dann geben wir uns noch kurz Ein Splashy Boah Das ist eine wilde Runde Das ist eine sehr, sehr wilde Runde Okay Boah Schnell hin Ah Zu wenig Hits Oh mein Gott Ich sage euch Wie es ist Das war kein schlechter Spieler Wir gehen mal kurz hier hinter Zum Healen Weil ich Kann mir gut vorstellen Dass der eine gerade Auf uns Auge macht So kurz Waffen Nachladen Aha Ja Mhm Hartapfel Ja Okay Da schießt immer Ein komplettes Magazin Wenn ich Hinterher Digga Zeig dich Ey das triggert mich Leute Wir geben nicht auf Nein 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 Bitte Lass mich überleben Bitte 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 Oh mein Gott Komm schon Bitte 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 Hab keinen Aim Oh mein Gott Wir haben schon Neun Kills Mach es nicht kaputt Komm Bro Gun Digga Ich hätte sie fast Beide bekommen Ich habe beide Low gemacht Das kannst du dir Nicht ausdenken Und der eine Ist safe Hinter mir her Okay Nein Zum Glück nicht Boah Wir brauchen jetzt Buschkrieger Wir brauchen jetzt Oh mein Gott Okay Warte Ja komm Den nehmen wir jetzt Erstmal mit Gib mir mal Dieses Spray Nein Ich habe doch eh gedrückt Eh Ja Danke So warte Hier irgendwo waren Noch Schüsse Komm Ein Buschkrieger geht Bitte Gönn Buschkrieger Let's go Jungs Wichtig Okay Kurz Waffen nachladen Der Das ist so Eine krasse Runde Sogar mit Maus Und Tastatur Und Dazu noch Mit Handcam Sehr Strong Okay Warte Irgendwo hier Habe ich Schüsse Gehört Will halt Aber auch Kein Risiko Eingehen Um ehrlich Zu sein Rocket Launcher Spiel ich Nicht Rocket Launcher Kill ich Mich Selber Sag ich Euch Ehrlich Da vorne Gehts Abkommen Ja Kommt Das Aim Gewinnen Es Es Ist So Lächerlich Kai Digger Ich Werd Von Montes Hund Geholt Was Ist Das Denn Mann Zweimal Schieß Ich Den One Shot Mann Er Holt Mich Mann Er Holt Mich Ich Hattet Neun Kills Neun Stück Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Junge Das Wäre Die Beste Maus Und Tastatur Runde Die Ich Je Gespielt Hab In Solo Leute Ihr wisst Gar Nicht Wie Sehr Mich Das Aufregt Auf Jeden Fall Falls Ihr Eine Weitere Folge Sehen Wollt Wo Ich Es Endlich Schaffe Ein 10 Kills Win Auf Maus Und Tastatur Zu Machen So Ich Werd Immer Besser Das War Jetzt Meine Dritte Oder Vierte Runde Wo Ich Auf Maus Und Tastatur Nach einem Gefühl Jahr Wiederspiele So Dann Lasst Auf Jeden Fall Ein Abo Und Like Da Und Ich Würd Sagen Wir Sehen Uns Wieder Um 18 Uhr Zu